Ein Ford Ranger mit Tageszulassung ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in diesem großen schwarzen viertürigen Transporter Platz. Der Transporter verfügt über ein hochwertiges Lederinterieur und zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Navigationssystem, ESP, Bordcomputer und vieles mehr. Der Diesel überträgt eine satte Leistung von 200 PS auf ein 6-Gang-Automatikgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 33.870 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Kögler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.